Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist Mittwoch und das bedeutet, es wird Zeit fürs nächste Nail Talk Video. Ich labere wie immer nicht lange drumherum. Wir haben heute zwei Modellagen, einfach aus Zeitgründen. Ich schaffe es heute nicht mehr Modellagen ins Video reinzupacken, da ich es tatsächlich heute auch direkt noch bearbeiten muss und es heute auch direkt online muss. Also ich bin da ein bisschen im Zeitdruck, deswegen nur zwei Modellagen, aber ich denke, die werden auch erstmal ausreichen. Ja, falls dir das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst oder mir Feedback in den Kommentaren da lässt. Und falls du noch nicht hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Kanal einmal kostenfrei abonnierst. So, das ist Modellage Nummer 1 und wir haben hierzu auch wieder eine Nachricht, die etwas länger ist. Daher fange ich jetzt erstmal an, die vorzulesen und dann schauen wir uns die Modellage selbst an. Hallo liebe Sue, danke für die tollen Videos und deine Zeit dafür. Ich finde es super hilfreich, Feedback von außerhalb zu bekommen. Ich habe zwar ein paar Schulungen, aber leider keine Praxis, Modelle wegen Corona. Mache nur mir die Nägel. Dies sind meine ersten Nägel in New Style Form, was durch meine starken Krallennägel nicht optimal und herausfordernd war. Es wurde mit Schablone verlängert und gepinscht, da sie trapezförmig sind. Nagelhaut könnte schöner sein, aber ich bin so eine Memme. Wünschte, ich wäre nicht schon in Pension, das wäre mein Beruf, so ist es eben nur für mich. Mach weiter so, du bist echt toll. Viele liebe Grüße und Gesundheit. Ja, also erstmal danke für die Komplimente und dein Feedback. Das freut mich natürlich immer sehr, da ich mir eben halt auch die größte Mühe gebe, dass alles verständlich erklärt ist und ja, eben auch hilft. Also es wurde mit Schablone verlängert und dann gepinscht, da sie trapezförmige Nägel hat. Die Nagelhaut schreibt, sie könnte schöner sein, aber sie wäre so eine Memme. Fangen wir dann auch direkt mal mit dem Nagelhaut-Thema an. Also ich finde es jetzt aus dem Blickwinkel gar nicht mal so schlecht. Man sieht halt, dass du hier quasi in dem Bereich noch ein bisschen besser entfernen könntest und dass du am Zeigefinger etwas zu weit von der Nagelhaut weg bist. Also da versuche immer so nah an den Rand wie möglich zu arbeiten, aber natürlich eben ohne, dass du die Haut berührst. Du machst es hier aber schon richtig, denn wenn du jetzt hier zum Beispiel bis an den Rand lackieren würdest oder arbeiten würdest, dann hättest du das Problem, dass das Material die Haut eben berühren würde, da du eben auf der Nagelplatte die Haut nicht komplett entfernt hast. Also da versuche dich ruhig noch ein bisschen mehr zu trauen und ein bisschen tiefer in die Nagelhaut einzugehen. Am kommenden Sonntag kommt dazu auch ein Video, falls du das jetzt hier siehst, dann kannst du gerne jetzt kommenden Sonntag einschalten. Dort erkläre ich die Naturnagelvorbereitung nochmal ganz genau und ausführlich und nach meinem aktuellen Stand sozusagen. Genau, vielleicht kann dir das dann noch helfen, beziehungsweise die Modellage liegt ja auch einige Monate zurück. Also wirst du wahrscheinlich jetzt da dich derweil schon etwas mehr getraut haben, vermute ich. Also was mir von den Formen her auffällt, ist, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Der kleine Finger ist noch recht gerade in seiner Formlinie, während die anderen etwas runder werden von der Form her. Also da immer gucken, was möchte ich für eine Form arbeiten und dann auch wirklich schauen, dass sie eben von Finger zu Finger auch alle gleich sind, damit das Gesamtbild einfach am Ende stimmt. Kurz dazwischen, ich entschuldige mich für jeden Schnaufer, der eventuell kommt. Es ist mit meiner Luft nach wie vor noch nicht perfekt, das ist besser, aber eben halt noch nicht gut. Deswegen entschuldige ich mich davor ab, weil ich einfach keine Lust habe, das jedes Mal komplett rauszuarbeiten, weil es wirklich super anstrengend ist, da jeden Atmer sozusagen rauszuholen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe die letzten Monate so ein bisschen mit chronischem Asthma verbracht und gekämpft. Und genau deswegen, da ist es halt einfach noch nicht wirklich gut. Was mir als nächstes auffällt, ist, dass der Zeigefinger auf jeden Fall schief ist. Nun ist dein ganzer Finger etwas schief. Da würde ich aber gucken, dass ich das Ganze ein bisschen auskorrigiere, vor allem wenn du mit Schablone arbeitest, damit das Ganze eben nicht so nach da weg fällt. Also hier würde ich auf jeden Fall eine kleine Korrektur vornehmen, damit es eben nicht so extrem ist. Von den Seitenlinien sieht es schon ganz gut aus. Ich könnte vermuten, dass wir hier in dem Bereich vielleicht ein bisschen zu viel Material jeweils haben. Das sehen wir aber gleich von der Seite und von vorne einmal. Da kann man es dann besser sehen. Von oben habe ich sonst so weit, wie gesagt, gar nicht weiter was zu sagen. Deswegen schauen wir uns die Modellage einmal von der Seite an. Von der Seite ist es so, dass ich dir empfehlen würde, hier in den Seiten quasi noch ein bisschen sauberer zu arbeiten. Man sieht halt, dass wir hier noch so kleine Unebenheiten drin haben und noch so kleine Stellen, wo eben fast kein Material ist. Und dann wohl wieder das Ganze sieht dann einfach nicht ganz so schön aus. Deswegen also hier wirklich vor allem mit dem Fullcover immer probieren, bis an die Grenze des Naturnagels zu arbeiten, damit man hier eben dann auch einen sauberen Abschluss hat optisch. Von der Basislinie her passt es sehr gut. Also sie laufen alle wirklich gerade heraus, so wie es quasi auch sein soll. Das Einzige, was mir hier jetzt auffällt, zumindest am Ringfinger, ist, dass der New Style nicht ganz getroffen ist. Also man sieht hier am Ringfinger zum Beispiel, dass der Nagel eher oldschool gearbeitet ist, weil er eher eine Wölbung macht. Der Apex sitzt mehr in der Mitte des Nagels und dann fällt die Kontur hier vorne auch wieder ganz leicht ab. Es ist ein schöner Nagel von der Seite, aber eben nicht genau der New Style. Bei den anderen Nägeln ist es jetzt ein bisschen schwer zu erkennen wegen den Steinchen. Dadurch, dass die eben uneben sind, verdecken die einiges. Der Mittelfinger, der könnte ganz gut passen. Hier sieht die Kontur zumindest recht gerade aus und am Zeigefinger auch, wobei hier vorne schon wieder ein bisschen abfällt. Ich würde sagen, der Mittelfinger gefällt mir hier am besten. Der Ringfinger ist aber halt ein schöner oldschool geworden. Genau, alles in allem. Die Basislinien sind schön, der Aufbau ist auch schön. Jetzt kommt es halt darauf an, wie es von vorne her passt. Ich muss allerdings noch als kleinen Tipp sagen, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung. Ich finde die Farbe hier zu quietschig für den Hautton. Das ist natürlich, wie gesagt, immer Geschmackssache. Ich versuche halt immer nur zu gucken, dass die Farbe eben auch zum Hautton einigermaßen passt. Und für mich persönlich ist der Farbton hier viel zu kühl für die warme Hautfarbe. Aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Sticht mir jetzt nur ins Auge, weil ich da farblich immer sehr abgestimmt bin. Und ja, sowas immer nicht gut sehen kann, wenn das dann sich absolut beißt. Das ist für mich wie Rot und Orange. Passt für mich auch nie zusammen deswegen. Aber das nur mal so kurz am Rande. So, jetzt schauen wir uns das mal von vorne an. Also ich kann auf jeden Fall sagen, du hast wirklich sehr schön mit Schablone gearbeitet. Die Schablone saß wirklich sehr, sehr gut. Hast du wirklich gut hingekriegt. Vor allem, wenn du Krallennägel hast, muss ich wirklich sagen, hast du einen sehr schönen Tunnel erzeugt. Am Zeigefinger nicht ganz so intensiv, wie jetzt am Mittel- und Ringfinger und der Kleine. Aber der Zeigefinger krallt von Haus aus meistens nur noch mehr oder extremer, wenn man eh schon Krallennägel hat. Dafür hast du es hier wirklich sehr gut gemacht. Auch von der Gleichmäßigkeit der Oberfläche hast du es wirklich sehr schön ausgefeilt. Wir haben hier und da minimale Unebenheiten. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön gearbeitet. Also wirklich sehr schön ausgefeilt. Mir ist die Hairline vom Ringfinger noch ein bisschen zu dick an der Spitze. Am Zeigefinger ebenso. Ansonsten Mittelfinger und kleiner Finger sehen super aus. Also wirklich eine tolle Tunnelansicht. Man darf sich jetzt hier natürlich nicht irritieren lassen von den Steinchen, die natürlich noch ein bisschen dick auftragen. Und das Ganze ein bisschen unebener machen optisch. Aber ansonsten hast du es wirklich top ausgefeilt. Muss ich dir wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr schön gefeilt. So, dann kommen wir einmal zur Modellage Nummer 2. Und hierzu gibt es auch einen Text. Hallo liebe Sue, ich bin 41 Jahre alt und mache mir seit circa drei Jahren meine Nägel. Bisher auch nur mir selber, obwohl ich in letzter Zeit öfter gefragt wurde, ob ich nicht in der Familie, im Freundeskreis auch loslegen möchte. Dazu fühle ich mich eigentlich noch nicht bereit. Ich brauche auch noch sehr lange für ein gutes Ergebnis. Vier bis sechs Stunden an mir selbst. Mir geht es jetzt darum, die Meinung eines Profis zu bekommen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Arbeiten wollte ich eine US-Mandel und ich hatte am meisten Probleme mit den ansteigenden Seitenlinien, vor allem bei der Mandel. Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit dieser Modellage. Ich habe diesmal mit Make-Up-Gel gearbeitet, sonst nehme ich auch gern Acryl-Gel und gepinscht habe ich auch. Was sagst du dazu? Ganz liebe Grüße aus dem Münsterland. Erstmal ganz liebe Grüße zurück. Zum nächsten, also ich sage mal so, ich kenne das ja selber. Ich hatte das damals auch, dass bei mir halt einige in meinem Umfeld gefragt haben, ob ich ihnen nicht auch die Nägel machen könnte. Und mir war aber einfach nicht danach. Ich habe dann erstmal wirklich nur meiner Mama und mir die Nägel gemacht und den anderen halt gesagt, dass ich es nicht machen möchte. Also ich will damit sagen, wenn du dich dazu noch nicht bereit fühlst, dann lass es auch. Lass dir die Zeit. Eventuell fühlst du dich in ein paar Monaten dazu bereit. Oder aber mittlerweile ist es so weit, dass du jetzt doch anderen auch schon die Nägel machst, weil die Modellage, wie gesagt, ja schon ein bisschen älter ist. Und deswegen also ganz, ganz wichtig ist immer, lass dich nicht von anderen reindrängen, sondern schau auf dein eigenes Gefühl und wozu du dich bereit und fähig fühlst. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Denn sonst ist es nachher so, wenn man sich in die Situation so ein bisschen drücken lässt, dass man sagt, okay gut, die wollen es ja alle und dann mache ich das. Dann hat man meistens nachher das Problem am Tisch mit extremer Nervosität, weil man einfach zu sich selbst noch nicht steht und hinter seiner Arbeit noch nicht steht. Und dann ist der Druck einfach viel, viel größer. Vor allem, da du ja auch schreibst, du brauchst noch sehr lange. Da ist dann schon mal der erste Druckfaktor, der entstehen würde, wenn du dann jemand anderen am Tisch sitzen hast, dem du jetzt die Nägel machen musst. Bezüglich der Zeit ist es allerdings so, weil ich dem sehr, sehr häufig begegne. Und zwar ist es so, schneller wird man nicht dadurch, dass man sich selber regelmäßig die Nägel macht. Das kann man nicht, das wird auch in zehn Jahren nicht passieren, dass man schneller wird, wenn man nur sich selber die Nägel macht oder auch wenn man nur in einem anderen Modell zum Beispiel die Nägel macht. Man wird erst schneller dadurch, dass man es täglich bis alle zwei Tage wirklich macht, bis dass man wirklich jeden zweiten Tag oder jeden Tag eine Modellage bis zwei arbeitet, damit einfach die Routine reinkommt. Ganz, ganz wichtig, denn das ist immer so ein Irrglaube. Man denkt, umso öfter man Nägel macht und umso besser man den Ablauf beherrscht, umso besser man feilen kann und so weiter, desto schneller wird man automatisch auch. Meistens ist es aber in der Praxis leider so, dass wenn du jetzt drei Stunden für deine Modellage brauchst, also für deine eigenen Nägel und keine anderen Nägel mehr machst, dann wirst du auch in zwei Jahren immer noch drei Stunden für deine eigenen Nägel brauchen, einfach weil die Routine fehlt. Das ist einfach ganz normal, denn die Schnelligkeit kommt nicht durch Können und durch Wissen, sondern durch die Routine und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So, jetzt nochmal so ein bisschen nebenbei erzählt, weil ich denke, dass das doch für viele ein Thema ist. Wie gesagt, da ist mir halt häufig begegnet. Das Thema Seitenlinie, beziehungsweise wahrscheinlich meinst du eigentlich die Basislinie, ist ein ganz großes Thema und das ist auch meistens bei der Mandel so. Es kommt aber auch immer darauf an, ob du Tunnel hast oder nicht in deinen Naturnägeln, wenn du dort schon Tunnel hast, ist es meistens so, dass die Basislinie ein bisschen ansteigt optisch, wenn du dann in eine Mandel feilen möchtest. Wenn du jetzt wiederum mit Schablone gearbeitet hast, dann ist ganz wichtig, wie du den Winkel der Schablone setzt und um dann auch eben die gerade Basislinie zu erzeugen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Das ist einmal die Modellage von oben und das Erste, was mir hier auffällt, ist auf jeden Fall, dass wir hier Bäuche haben. Also hier wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Material sitzen haben. Beim Mittelfinger ist es so, dass du hier zum Beispiel nicht bis ganz an die Grenze gearbeitet hast und dafür aber dann hier in dem Bereich ein bisschen zu viel hast, wodurch das Ganze so ein bisschen überlappend aussieht. Also man sieht hier deutlich, hier fehlt ein Stück und hier hast du es dann aber wieder gearbeitet und dadurch entsteht hier eben so eine kleine Welle bzw. so ein kleiner Bauch. Also da immer ganz wichtig darauf achten, dass ihr wirklich bis an die Grenze des Naturnagels arbeitet, damit auch alles schön sauber und ordentlich aussieht. Als nächstes ist es so, dass du hier ein bisschen im Rand gearbeitet hast und dass der Rand tendenziell ein bisschen zu dünn gearbeitet ist, wodurch hier eben so eine kleine Kante entstanden ist. Auch hier bist du nicht ganz bis an den Rand. Also da immer wirklich schauen, so nah an den Rand wie möglich und so nah an die Seiten wie möglich, aber eben ohne die Haut zu berühren. Das ist ganz wichtig. Von den Formen her gefällt mir die Modellage aber schon ganz gut. Also ich finde, du hast die Proportion von Länge zur Schmäle gut gewählt. Also da gefällt mir die Form wirklich sehr gut. Wie gesagt, wäre der Zeigefinger jetzt hier nicht so bauchig, würde der auch schon ganz anders aussehen und dadurch würde die Form auch nochmal filigraner sein. Schauen wir uns also die Seite einmal an, da wir viel mehr gar nicht von oben zu erzählen haben. Von der Seite ist es so, dass die Basislinie tatsächlich minimal verfeilt ist. Also man sieht es am kleinen Finger auf jeden Fall. Da haben wir hier sogar schon so einen kleinen Bruch. Also hier liftet es schon und reißt quasi schon ein. Also hier fehlt quasi ein Stück Basislinie. Man sieht man nämlich ganz gut, da wir hier noch ein bisschen Nagel haben und dann entsteht so eine Kante und dann geht die Basis quasi so nach oben weg. Also da hast du ein bisschen zu viel gefeilt. Am Ringfinger ist es so, dass hier etwas zu wenig Material sitzt. Also an der Stelle ist der Nagel etwas zu dünn. Genau aus dem Grund passieren dann eben solche Sachen, dass das eben einreißt. Also daher immer schauen, dass die Seiten hier wirklich gut verstärkt sind, aber natürlich nicht so dick, dass es dann eben bauchig aussieht. Dasselbe haben wir nämlich auch hier. Dort sitzt einfach zu wenig Material und dadurch beginnt das Material schon anzuliften oder es könnte eben einreißen. Auch hier ist die Basis so ein bisschen schräg nach oben, aber am Ringfinger ist es eigentlich noch am optimalsten. Am Mittelfinger zum Beispiel geht sie ein bisschen schräger nach oben. Dort hast du wahrscheinlich die Pfeile noch einen Tacken zu schräg eingesetzt. Da gefällt sie mir am Ringfinger auf jeden Fall besser. Und am Zeigefinger haben wir eben wieder diese kleine Kante. Also es ist wirklich nur minimal, aber man sieht genau, dass hier eben das Stück fehlt, obwohl die Basis eigentlich dann hier lang laufen müsste. Kann eben dann ein Grund sein, weil hier entsteht so eine kleine Kante und wenn diese nach vorne wächst, dann bleibt man dort hängen. Und dann könnte es sein, dass es hier in dem Bereich eben auch zu Liftings kommt. Genau, von der Seite gefällt mir die Kontur aber ganz gut. Also sie ist noch ein bisschen uneben. Wir haben hier zum Beispiel eine kleine Unebenheit. Wir haben hier eine kleine Unebenheit in dem Bereich. Aber ansonsten gefällt sie mir schon ganz gut. Der Nagelrand ist schön flach. Dann kommt hier unser Apex und dann fällt die Kontur wieder ganz minimal ab. Also von der Seite sieht es auf jeden Fall überhaupt nicht zu dick aus. Bis auf den Zeigefinger. Der ist mir hier in dem Bereich auf jeden Fall komplett zu dick. Und er fällt mir hier vorne auch ein bisschen zu sehr ab. Der Ringfinger ist eben hier in dem Bereich etwas zu dünn. Ansonsten haben wir eben da die kleine Unebenheit. Aber die Kontur ist trotzdem sehr schön ausgefeilt. Am kleinen Finger ist es so, dass wir hier in diesem Bereich ein bisschen zu viel Material sitzen haben. Sieht zumindest jetzt aktuell so aus. Hier ist er wie gesagt zu dünn. Und ja, genau. Von vorne schauen wir jetzt auch einmal. Denn da sieht man immer interessante Dinge. Denn jetzt ist es so, dass der Nagel hier auf jeden Fall ein bisschen zu dick ist. Wo ich gerade noch gesagt habe, okay, er ist nicht zu dick. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Nagel schon eine Naturwölbung hat. Was er scheinbar nicht hat. Denn hier wird ordentlich mit Material gefuscht. Zumindest von der Seite. Er ist auf jeden Fall hier ein bisschen zu bauchig. Er ist generell hier in der Hairline komplett zu dick. Und dann ist er aber wahrscheinlich hier an der Seite. Weil ich ja gesagt habe, die Seite ist zu dünn. Ist er hier an der Seite zu dünn. Und das sieht man auch hier ganz gut. Dass er hier in dem Bereich zu dünn ist. Und hier dann der dicke Bauch kommt quasi. Also da immer wirklich darauf achten, dass nicht hier das ganze Material sitzt. Sondern ihr wirklich schön bis hier runter arbeitet. Und dann könnt ihr dem Bereich nämlich ein bisschen dünner feilen. Also sie sind im Gesamten noch ein bisschen zu dick. Da kannst du auf jeden Fall generell ein bisschen dünner arbeiten. Das geht. Hier dieser Bereich. Die Seite ist zum Beispiel schon ganz in Ordnung. Hier haben wir nur ein paar kleine Unebenheiten drin. Aber ansonsten ist hier die Seite schon in Ordnung. Hier wird er allerdings dann wieder ein bisschen zu dünn. Du hast aber trotzdem Tunnel. Zumindest am Mittelfinger und am Zeigefinger. Am Ringfinger hättest du auch guten Tunnel. Wenn die Oberfläche nicht so dick wäre, dann würde man das einfach besser raus erkennen können. Daher ist es in Ordnung, dass zum Beispiel am Ringfinger die Basislinie leicht ansteigt. Solange sie nicht in so einem schrägen Winkel ansteigt. Also ich sehe das halt ganz oft. Dann hat man hier jetzt den Nagel oben drauf, sage ich mal. Und dann macht die Basis auf einmal so einen schrägen Knick nach oben. Dann entsteht hier so eine Kante und das sollte eben nicht sein. Also die Basislinie sollte immer, so wie es hier quasi auch ist, immer sanft, wenn dann überhaupt nach oben ansteigen. Hier ist sie wie gesagt schon ein bisschen zu schräg. Aber hier am Ringfinger sieht sie wirklich gut aus. Entsteht durch den Tunnel, ist ganz normal und ganz automatisch so. Denn umso mehr Tunnel ein Naturnagel oder eben die Modellage hat, desto mehr geht es in Richtung moderne Mandel. Zumindest von der Basislinie her, da man sich ja den Tunnel wegfeilt. Dadurch, dass man den Tunnel eben hat, ist es so, dass die Basis am Ende immer optisch ansteigt. Wichtig ist eben, dass sie keinen schrägen Winkel macht, denn das ist nicht natürlich. Und das bedeutet auch, dass die Pfeile schräg drunter gesessen hat, sondern dass die Pfeile trotzdem gerade drunter gehalten wird. Und dann kann man am Ende so eine leichte Bogenschraffierung machen, damit eben der vordere Bereich dann auch wirklich schmal wird. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also alles in allem, wie gesagt, ich finde es schon ganz gut gearbeitet. Hier und da ein paar kleine Verbesserungen, ein bisschen dünner arbeiten. Aber ansonsten bist du da schon recht gleichmäßig, auch was die Form angeht und so. Deswegen, also meinerseits her könntest du ruhig an Freunden, Familie anfangen zu üben, wenn du das möchtest. Also da steht dem nichts im Wege, beziehungsweise dem steht generell nichts im Wege. Also man kann ja immer und jederzeit und zu jedem Wissensstand beginnen. Ich empfehle halt immer nur, sobald es an andere Leute geht, außer an sich selbst, ist es immer wichtig, eine Grundbasis zu haben. Ja, in dem Sinne war es das jetzt auch dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe wie immer, dass dir das geholfen und gefallen hat. Ich sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, deine Sue.